Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Werner Rügemer. Guten Tag Herr Rügemer. Hallo. Rügemer, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben Literaturwissenschaften studiert, aber auch Ökonomie und sind seit sehr, sehr vielen Jahren Publizist, also Autor von Sachbüchern, die sich ja im beidesen Sinne mit Wirtschaft beschäftigen und vor allem mit dem, was wir heute als finanzielle Schieflage beschäftigen. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit Ratingagenturen, Sie beschäftigen sich mit Finanzierungsmodellen, die so komplizierte Namen haben wie Public-Private Partnership oder aber auch Cross-Border-Leasing. Das muss man erst mal lernen. Sie schreiben über Banken, die weniger Banken sind, sondern eher Veruntreuungsinstrumente und haben sich da einen Ruf erarbeitet. Die einen mögen sie, die anderen mögen sie weniger. Dass wir uns heute hier in Köln treffen, in ihrer Privatwohnung, in ihrem Archiv, hat natürlich mit der aktuellen Schieflage in Europa zu tun. Die ja, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt hat, nicht wirklich überraschend kommt, sondern das alles ist Teil der Globalisierung. Wir wollen mit Ihnen Begriffe klären, die wir immer nur aus den Wirtschaftsnachrichten kennen, sie nicht verstehen, damit der Orthonormalbürger, wenn es ihn denn noch gibt, einfach mal dahinter blickt und sagt, aha, was wir hier sehen, ist eigentlich eine gut organisierte Veruntreuung. Da steckt ein System dahinter. Und wir haben Sie in Ihren Büchern, in Ihren Artikeln als jemanden schätzen gelernt, der das in einer Sprache kommuniziert, dass auch ich es und auch Orthonormal es versteht. Lassen Sie uns gleich anfangen mit einem Begriff, der in aller Munde ist, abgekürzt PPP, Public-Private-Partnership. Wenn ich das richtig übersetze, ist da die öffentliche Hand, also der Staat, die Kommune und ein privater Investor und die gehen eine Partnerschaft miteinander ein, um was zu tun? Ja, also zunächst mal, Public-Private-Partnership ist ein Finanzprodukt, wie die Banker sagen, die das auch erfunden haben. Also bei Public-Private-Partnership geht es um eine sehr langfristige Vertragsbeziehung zwischen einem Staat, einem Bundesland, einer Landesregierung, einer Kommune, aber auch zum Beispiel der Bundesregierung, einem Bundesministerium, mit einem privaten Investor. Und dieser private Investor, der kann also beispielsweise Aufgaben übernehmen, die bisher eben der Staat oder öffentliche Verwaltungen hatte, beispielsweise, was sehr häufig ist, eine Schule wird neu gebaut oder saniert. Das ist ja bisher auch schon so gewesen, aber durch Public-Private-Partnership kommt hinzu, dass der private Investor alle weiteren auch Aufgaben übernimmt, die bisher eben der Staat hatte. Also der plant schon das ganze Projekt, er finanziert es vor allem, also nicht die öffentliche Hand nimmt einen Kredit auf, sondern der Investor macht das. Und er übernimmt, und das ist heute sozusagen die Goldgrube für die Bauindustrie, das sogenannte Facility-Management. Die Hausmeister. Ja, Hausmeister, aber dazu gehört eigentlich inzwischen sehr viel dazu, beispielsweise auch das ganze Energiemanagement, den Wasserbezug, die Abwasserentsorgung, Wasserentsorgung, die Heizung beispielsweise, die Sicherheitsdienste, die Begrünung und... Alles, was dazugehört. Alles, was dazugehört, die Instandhaltung, die Reparaturen, sozusagen alle Aufgaben, die bisher eben die öffentliche Verwaltung hatte, die bekommt der Investor und das, und das ist auch sehr wichtig, für einen sehr langen Zeitraum. Also die Standardlaufzeit solcher Verträge ist 30 Jahre. Das muss ja hier nichts Schlechtes sein, wenn man sich anschaut, wie die Schulen in Deutschland und auch in Europa, in welchem Zustand die sind. Jetzt kommt ein privater Mensch, der sagt, ich möchte gerne, dass die Jugend in schönen neuen Schulen ist. Da kümmere ich mich darum, dagegen ist doch nichts einzuwenden. Nein, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Und das Problem ist eben nur, dass der Investor sozusagen aus dieser Defensive des Staates, der überschuldet ist und sich scheinbar das nicht mehr leisten kann, dass der dieses Dilemma des Staates ausnutzt. Und durch die Übernahme aller Funktionen, erstens und zweitens durch diese sehr lange Laufzeit, kommt es in der Praxis dazu, das müsste theoretisch nicht so sein, dass ein solches Projekt eben doch am Ende oder schon nach einigen Jahren sehr viel teurer wird, als es das werden müsste. Da gibt es ja ein Beispiel aus Offenbach auf der See anspielen. Ja, beispielsweise. Ich habe ja vor Ort sehr viele einzelne Projekte untersucht in ihrem Verlauf. Was ist aus den ursprünglichen Vereinbarungen geworden? Und da haben wir einfach die Standarderscheinung, dass der Investor mit niedrigen Mieten, die die öffentliche Handzahl eingestiegen ist, aber Nachforderungen, das gehört eigentlich zum Standard. Und deswegen beispielsweise Offenbach, da hat ja ein Landkreis, und das ist das größte Schulprojekt dieser Art in Deutschland, alle seine 90 Schulen in ein solches PPV-Projekt eingebracht, für zwei Investoren, Hochtief und SKE, das ist ein französischer Konzern. Und die Anfangsmiete pro Jahr betrug eben 250 Millionen Euro. Für das gesamte Projekt? Für das gesamte Projekt, für die Sanierung und für das Facility Management, die Betreuung, Instandhaltung und so weiter, alle dieser 90 Schulen. Aber durch die Nachforderungen, die auch abgedeckt sind durch Klauseln im Vertrag, beträgt die Miete inzwischen 76 Millionen im Jahr. Das ist doch ein Unterschied, davon kann man essen gehen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Und wenn man das jetzt nun auf die, in diesem Fall, 20 Jahre Laufzeit hochrechnet, hat sich also dieses Projekt mindestens verdoppelt im Preis. Das heißt also, dieses Versprechen, was mit Public-Private-Partnership gegeben wird, ihr könnt alle eure eigenen Leute entlassen, wir übernehmen das alles als Investor und dazu sind wir auch noch effektiver und billiger. Also dieses Versprechen wird in der Regel, und das können wir schon nach einigen Jahren, wir sind ja erst in den Anfangsjahren dieser Projekte, da können wir schon in den Anfangsjahren sehen, dieses Versprechen wird nicht gehalten. Die Frage ist, warum macht der Staat das dann immer wieder? Ich meine, dass er ein-, zweimal in so eine Falle tappt, das kann schon passieren. Ja, da kann auch der Investor sagen, das haben wir uns anders vorgestellt, die Kosten sind dann doch erheblich höher und so weiter. Aber warum passiert das in der Regel? Immer wieder, es wurden ja ganze Gesellschaften gegründet mit dem Staat zusammen, der Staat hat da auch Geld reingepumpt, die können ruhig mal diese Gesellschaften nennen. Sie sagen, es sind Lobbyorganisationen, wir haben gesagt, hör zu, das machen wir nicht nur hier, lassen wir uns das doch bundesweit ausdehnen. In England machen wir sowieso schon lange, in Amerika auch. Warum lässt der Staat sich darauf ein? Ja, der Staat hat, also wenn wir jetzt mal von der Bundesrepublik Deutschland sprechen, sich in der Zeit der Regierung von Kanzler Schröder, ab etwa 1999, 2000, darauf festgelegt, der Staat fördert solche Projektmuster. Das kam aus England? Das kam aus England, das hat also Kanzler Schröder durch seine enge Verbindung mit seinem Freund Anthony Blair in England sozusagen eins zu eins abgekupfert, einfach übernommen. Und das wird eben seitdem in der Bundesrepublik praktiziert. Aber das hat auch beispielsweise die Europäische Union übernommen, die befürwortet, die fördert das auch. Und ja, auch die Parteien, die bei uns als regierungsfähig angesehen werden, die CDU, die CSU, die SPD, die FDP, auch die Grünen, haben in ihren Parteitagsbeschlüssen Anfang, Mitte der 2000er Jahre das so festgehalten, wir setzen jetzt auf Public-Private-Partnership. Würden Sie das heute nochmal sagen? Ich fürchte, dass Sie das weiter so machen würden, denn Sie tun ja nichts um diese enge Bindung des Staates an, auch zum Beispiel an die Berater, die das ja weiter befürworten, große Anwaltskanzleien, große Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie Preis-Worter-Haus-Koopers, KPMG, Ernst & Young, die befürworten das ja weiter. Und zum anderen nimmt der Staat ja auf allen Ebenen, vom Bund über die Bundesländer bis zu den Kommunen runter, beschäftigt ja weiter diese Berater. Und es gibt keinerlei Anzeichen, sozusagen auf der Entscheidungsebene, dass die als regierungsfähig amtierenden oder angesehenen Parteien hier eine Änderung herbeiführen wollen. Wenn Sie das so beschreiben, wie Sie das tun, dann sehe ich auf der einen Seite, der Staat entlässt ja sein eigenes Personal. Das heißt, er sourced Know-how aus, die landen dann vielleicht bei den Sozialkassen oder bei diesen privaten Organisationen, das könnte auch sein, dass ein Teil dort landet, wahrscheinlich unter anderen Bedingungen beschäftigt, günstiger, sonst würde es sich nicht rechnen. Dann gehen viele dieser Organisationen dazu über, durch die Privatklauseln, da gibt es ja immer Privatverträge, wir kennen es in Berlin, Berliner Wasser darf man nicht einsehen, die Preise im Nachhinein anzuziehen. Wenn das immer so weitergeht, dann muss man sich doch die Frage stellen, das können doch dann nur Beamte befürworten, die mit denen, die sie da ins Boot holen, irgendeinerweise unter einer Decke stecken. Ja, ich... Oder sind Sie naiv? Ich glaube, also erstens mal sind Sie naiv, Sie kennen sich nicht wirklich aus, denn diese vielhundertseitigen Verträge, die heute gemacht werden mit Public-Private-Partnership-Projekten oder die zum Teil ja, wie bei Toll-Collects sind das 17.000 Seiten, ja, also da müssen wir davon ausgehen, das hat kein Politiker, kein Beamter wirklich a. gelesen und b. verstanden. Das ist ja eine eigene Sprache, was diese meistenteils ja amerikanischen Kanzleien in dieses Wirtschaftsenglisch sozusagen hineinpacken und deswegen kann man denken, also die Staatsbeschäftigten, die Politiker, die wissen nicht, was da eigentlich drinsteht. Ich unterstelle aber hier auf der einen Seite mal auch Vorsatz. Ich meine, man weiß ja, dass niemand, nicht nur Leute, die sich dafür beruflich interessieren müssen, Politiker, niemand hat Zeit, 17.000 Seiten zu lesen. Da gab es ja auch eine Privatisierung, also ein Autobahnteilstück, glaube ich, zwischen Bremen und Hamburg wurde gebaut, da war es dann 30.000 Seiten stark. Das kann niemand lesen. Könnte man nicht verbieten, ich meine, wenn man heute bei einer Versicherung unterschreibt oder aber im Krankenhaus sich operieren lässt und müsste erst 30.000 Seiten durchlesen, bis man sein Logo drunter, da wird man sagen, das ist irgendwie sittenwidrig. Das geht ja gar nicht, das ist ja nicht möglich. Warum ist das erlaubt, solche Verträge so zu machen, dass man die Haken darin nicht finden kann? Ja, erstens mal ist es ja so, der Staat bis zu den Kommunen runter entlässt ja Personal, weil der Investor ja alle Aufgaben übernimmt und der sagt, wir machen es billiger. Das heißt, der Staat sagt, ich verschlankte auch die Produktion, das spart nochmal Geld. Ja, das heißt also, im Staat selber, in der öffentlichen Verwaltung gehen Kompetenzen verloren und umso leichter haben es natürlich die hochbezahlten, ausgebufften Berater, dem Staat sozusagen oder den Politikern ein PPP-Projekt so wunderbar mit PowerPoint und so weiter zu erklären, dass die sozusagen vor Ehrfurcht ersterben und sagen, wunderbar, wir machen das. Und die Folge ist ja unter anderem auch, dass für die Begleitung eines solches Projekts, die Kontrolle des Investors 20, 30 Jahre lang, wenn sie da keine eigenen Kompetenzen mehr haben als öffentliche Verwaltung, dann werden natürlich die Berater auch sozusagen umso frecher und verlangen noch mehr. Und dieses Public-Private-Partnership ist gleichzeitig eine Entqualifizierung. Vertrauen ist gut, Kontrolle wird aufgegeben. Ja, und wenn dann wieder ein Problem ansteht, dann muss man eben doch wieder die teuren Berater engagieren. Und sodass also auch aus diesem Grunde nicht Kontrollierbarkeit und zusätzliche Beratung dann durch die Privaten die Sache auch deswegen noch viel teurer wird. Herr Rügelberg, lassen Sie uns mal ganz konkret werden. Ein erstes Projekt, was in Deutschland realisiert wurde, das war die Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen, die mit einem großen Delay in den Markt kam. Da hat der Staat ja auch Geld kaputt gemacht, Toll-Collect. Wie lief das konkret ab oder wie läuft so etwas überhaupt ab? Da kommt ja, wenn ich das richtig erinnere, erstmal die Wirtschaftsprüfung, was soll dabei rausspringen. Und dann kommt, glaube ich, eine ganze Privatarmee von Firmen, die irgendwie sich daran beteiligen. Wie läuft so eine PPP-Organisation ab? Vielleicht erklären Sie es an Toll-Collect. Ja, also bei Toll-Collect war das so, da hat die Bundesregierung beschlossen, wir wollen jetzt eine digitale Mauterfassung auf den Autobahnen für die Lkw. Und da hat man beispielsweise schon durch diesen Grundsatzbeschluss gesagt, diese funktionierenden Mautsysteme wie in der Schweiz, Österreich und so weiter, die gefallen uns nicht und wir wollen das ganz Moderne haben, digital. Und ja, und dann wird eine Ausschreibung gemacht und dann haben sich eben verschiedene Firmen beworben. Aber da wurde schon klar, die Bundesregierung damals unter Schröder hat ganz einseitig die deutschen Bewerber, Telekom und Daimler, bevorzugt. Beispielsweise dann in der Vertragsgestaltung wurde das unter anderem dadurch deutlich, in der Ausschreibung wurden hohe Sicherheiten bei den Investoren verlangt und die Konventionalstrafen, wenn etwas nicht funktioniert, die wurden relativ hoch angesetzt. Aber in den Verträgen, die dann gemacht wurden, wo die Bedingungen für andere dann schon nicht mehr annehmbar waren, aber dann für Telekom und Daimler sind die Bedingungen entgegen der Ausschreibung dann so wieder runtergesetzt worden, dass die Haftung für die Investoren also dann sehr gering ausgefallen ist. Aber das ist ja schon eine Form der Manipulation, das heißt international sieht man sehr hohe Zäune und sagt, darüber musst du kommen und wenn dann die Konkurrenz sagt, das schaffe ich nicht, dann kann man intern die Zäune wieder abbauen und sagen, das machen wir uns unter uns. Ja, jedenfalls ist es da so gelaufen und ja, das hat heftige Folgen bis heute. Die deutschen Investoren wie Daimler und Telekom wollten an dieses Renommierprojekt rankommen als Investoren, damit sie das auch nachher, wenn mal sozusagen ein Typ entwickelt worden ist, dass sie das auch international vermarkten können, haben deswegen, damit sie da schnell drankommen an diesen Auftrag, auch versprochen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt damals, 1. August 2003, mit allem fertig sein werden. Als Referenzprodukt. Ja, als Referenzprodukt, als Prototyp. Und haben versprochen, ja, ab 1. August 2003 kann das losgehen, wir sind fertig, wir haben alle diese Software, wir haben diese sogenannten Onboard-Units an den LKWs und so weiter, haben wir alles funktionsfähig und das kann losgehen. Und aber bekanntlich dauerte das ja anderthalb Jahre und das funktionierte überhaupt nicht. Und der Staat, der ja schon diese Maut-Einnahmen in seinen Haushalt, in den Staatshaushalt aufgenommen hatte, hat dann doch dadurch erhebliche etwa 4 Milliarden Euro an Verlusten gehabt, an denen wir ja immer noch sozusagen leiden. Dafür muss der Bundeshaushalt da einen Kredit aufnehmen, dafür müssen wir Zinsen zahlen. Und ja, 2004 hat dann die Bundesregierung damals eine Klage auf Schadenersatz eingereicht, Konventionalstrafe und so weiter. Und ja, jetzt kommt eine Besonderheit noch für Public-Private-Partnership ins Spiel, nämlich, es gehört zum Standard bei diesen Verträgen, dass die beiden Vertragspartner darauf verzichten, im Streitfall vor ein öffentliches Gericht zu gehen, sondern sie bilden ein Schiedsgericht, ein privates Schiedsgericht. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das ist ja das... Was ist denn daran dann noch Public? Ja, man könnte sagen, also das Public und das Partnership, das ist also sozusagen, ja, das ist das Märchen, was um dieses Konstrukt gebildet wird. Oft sind ja solche Begriffe sozusagen, die schönen Begriffe sind ja sozusagen die einzige Leistung, die die Privaten da bringen, um etwas schön aussehen zu lassen. Sie bezeichnen das ja auch als Komplizenschaft. Ja, ich würde sagen, das ist eine Komplizenschaft, die sich dann zum Beispiel in dieser Tatsache zeigt, in dieser Vereinbarung im Konfliktfall. Also der Staat hat ja verlangt, ihr habt jetzt anderthalb Jahre keine Leistung gebracht, die ihr vertraglich zugesagt habt, also müsst ihr jetzt diesen Schadenersatz zahlen. Die Privaten haben gesagt, nö, sind wir nicht schuld, können wir nicht zahlen, haben wir kein Geld oder sonst was. Und ja, und dann hat eben der Staat seine Komplizenschaft darin gezeigt, dass er mit dieser Regelung, wir gehen nicht vor ein ordentliches Gericht, sondern wir spielen mit, mit einem privaten Schiedsgericht. Und dann kam es aber so, fünf Jahre lang, von 2004 bis 2009, durch die Weigerung der privaten Investoren, hat man sich gar nicht einigen können, wie dieses private Schiedsgericht besetzt wird. Das heißt, in der Zeit ist nichts passiert? In der Zeit ist überhaupt nichts passiert und der Staat musste immer mehr Kredite aufnehmen für diesen Ausfall und Zinsenzahlen und so weiter. Und ja, dann hat man sich geeinigt auf die Besetzung dieses Schiedsgerichts. Aber weil die Privaten prinzipiell gesagt haben, wir sind nicht schuld, wir sind auch nicht zum Vergleich bereit, wir zahlen nichts, konnte das Schiedsgericht sozusagen gar nichts tun. Die haben gar nicht getagt. Und jetzt, Ende 2012, hat die jetzige Regierung, Verkehrsminister Ramsauer, gesagt, also das Schiedsgericht bringt ja nichts, das schieben wir jetzt ganz beiseite. Und wir kungeln jetzt mit den beiden Investoren, Telekom und Daimler sozusagen, eine ganz neue Regelung aus. Also die haben bisher nichts bezahlt, aber sie haben ja durch diese ganzen Klauseln in diesen Public-Private-Partnership-Verträgen eine so starke Stellung, weil sie ja alles machen und der Staat ganz raus ist. Deswegen können sie den Staat leicht erpressen, haben bis heute nichts gezahlt. Und wie das aussieht, wie der Verkehrsminister sich hat verlauten lassen, ja, gibt er sich damit zufrieden und... Indem er das Geld der Steuerzahler verschenkt. Indem das Geld der Steuerzahler hier sozusagen den Investoren den Rachen geschmissen wird, die sagen, ja, wenn wir jetzt diese Milliarden zahlen müssten, dann könnten wir unseren Aktionären nichts auszahlen und dann, das Geld haben wir gar nicht und so. Und außerdem ist eine Begleiterscheinung hier auch noch sehr deutlich geworden, diese jetzt sich über acht Jahre hinziehenden Auseinandersetzungen hat der Staat eben auch durch private Berater ausführen lassen. Das heißt also, er hat für große Anwaltskanzleien, wie zum Beispiel Frechfields, insgesamt bisher allein durch diesen einen Konfliktfall, der noch gar nicht gelöst ist, über 90 Millionen Euro ausgegeben an Beraterhonoraren. Wobei interessant ist, noch anzumerken, also es war die Kanzlei Frechfields selbst, die diesen Vertrag aufgesetzt hat. Und die wird jetzt wiederum auch herbeigezogen, um die Abwicklung dieses Vertrages irgendwie zu regeln. Das heißt, die Kanzlei gewinnt in jedem Fall? Die Berater gewinnen auf jeden Fall. Auch deswegen, weil der Staat sich selber sozusagen entmachtet hat und seine Kompetenzen abgegeben hat. Der hat von vornherein gesagt, also solche Verträge, das können unsere Ministerialbeamten im Verkehrsministerium überhaupt selber gar nicht machen. Wir greifen von vornherein auf private Berater zurück. Herr Rügeber, die Frage sich natürlich stellt, ein solches Verlustprojekt im Milliardenbereich, wie viele solcher Projekte, solcher PPP-Projekte gibt es denn in der Bundesrepublik? Gibt es da Zahlen? Ja, es gibt ungefähr, schätzt man etwa 200 solcher Projekte, wobei der Bund im Wesentlichen diese Großprojekte mit Autobahnen hat, also alles, was mit den Autobahnen zu tun hat, Autobahnabschnitte, Bremen, Hamburg und so weiter. Dann die Bundesländer, die lassen nach diesem Muster Justizzentren, Polizeipräsidien und Gefängnisse beispielsweise durch private Investoren errichten, betreiben und so. Und die Kommunen, wo hauptsächlich also Schulprojekte, wie im geschilderten Fall von Offenbach. Die Frage, die sich natürlich immer für den Otto-Normalbürger stellt, wenn ich in einen Laden gehe und kaufe mir ein Auto und das Auto geht in den nächsten vielen Wochen kaputt und brennt irgendwann aus, weil ich den Zwitteschlüssel rumgedreht habe, dann gebe ich den Wagen zurück, dann gibt es gar keine Frage. Und da gibt es die gesamte Produkthaftung, das heißt, ich kann eigentlich noch den Hersteller, falls mir was zugestoßen sein sollte. Warum zählt in diesem Bereich die Produkthaftung? Ich meine, ein Private Partner bietet eine Leistung an, er bringt die dann nicht, weil seine Anlage überhaupt gar nicht funktioniert, mir entstehen dabei Verluste, das müsste auch genauso gehandhabt werden, wie wenn ich ein Haus bestelle, Schlüsselfertig zum Termin XX, dann bin ich aus meiner Wohnung rausgeschmissen worden, kann ich zurück, muss so lange im Hotel wohnen, mein Haus wird auch nicht fertig. Warum gibt es hier eine Sonderstellung? Das ist doch Produkthaftung, die da abzulassen müsste. Ja, eigentlich ja. Also ganz einfach. Aber einmal wird das so nicht gehandhabt, weil es, wie gesagt, diese politische Komplizenschaft gibt, weil alle Parteien, die heute bei uns in der Bundesrepublik sozusagen in Regierungen vertreten sind, auch in Hamburg, die haben diese Grundsatzbeschlüsse gefasst, wir erledigen solche öffentlichen Aufgaben mit Hilfe dieses Musters Public-Private-Partnership. Ist das nicht eine Form von Korruption? Ja, also man kann sagen, dass es eine Korruption ist, die allerdings einmal eine neue Form hat. Also ich nehme an, dass der Staat oder die Parteien, die jetzt die jeweiligen Regierungen bilden, schon so weit auch programmatisch den Investoren, Banken, Baukonzernen entgegengekommen sind, dass sie sozusagen im einfachen Sinne, was der Bürger sich unter Korruption vorstellt, sozusagen gar nicht mehr bestochen werden müssen. Der Staat macht sozusagen freiwillig mit, weil er das sowieso irgendwann mal beschlossen hat, dass das besser ist. Und zum anderen, das ist auch im Fall der Elbphilharmonie in Hamburg der Fall, die Planung für dieses Riesengebäude war noch gar nicht fertig und da wurde schon der Vertrag gemacht. Das heißt also, der Investor hochtief zusammen mit seiner Bank, die er mitgebracht hat, Commerzbank, die können jetzt darauf pochen, ja die Planung war noch nicht fertig, da hat sich noch alles Mögliche Neue ergeben, wie wir zum Beispiel diesen ganz komplizierten Musikraum gestalten müssen, da muss noch ein ganz teurer Musiktechniker aus Japan dazu geholt werden, das war vorher gar nicht klar und so weiter. Das heißt also, der Investor hat, der kennt sich ja bei solchen Sachen aus, bewusst würde ich sagen, zu früh diesen Vertrag gemacht, wo noch nicht alles ausgeplant war, sodass also alle möglichen Nachforderungen entstehen. Und man sagt in Hamburg, da gab es ja auch einen Untersuchungsausschuss zu diesem Projekt, ja hochtief, der Investor hochtief ist eine große Anwaltskanzlei mit angebautem Bauunternehmen, weil eben da Dutzende von Anwälten ständig tätig sind, Nachforderungen, ich glaube bisher hat es über 200 im Einzelnen gegeben, die also solche Nachforderungen sozusagen ständig erfinden oder suchen und die völlig überforderte öffentliche Verwaltung in Hamburg, die kann das alles gar nicht nachprüfen, ob diese vielen technischen Feinheiten, die jetzt hier von den Rechtsanwälten von hochtief davor gelegt werden und Nachforderungen begründen, ob das überhaupt stimmt. Herr Rüge, wenn ich Ihre Worte zusammenfassen darf, kann man sagen, bei einer Public-Private-Partnerschaft sieht es so aus, wenn es gut läuft, verdient der Investor in jedem Fall, er fordert nach, verdient in jedem Fall und wenn es schlecht läuft, bleibt die öffentliche Hand auf ihren Schulden sitzen und kann dann eben mit der Kanzlei, die den Privatier vertritt, zusammenarbeiten, um zu gucken, wo diese Kanzlei selber Fehler gemacht haben soll, sodass sie selbst haften müsste, also kann man das gar nicht finden und trotzdem laufen diese Geschäfte die ganze Zeit. Warum ist das legal? Sie haben es ja mal verglichen, das ist so, wie wenn eine Fußballmannschaft ihren Schiedsrichter mitbringt und den auch noch bezahlt. Niemand würde davon ausgehen, dass das Spiel, was dabei rauskommt, neutral gepfiffen würde. Das ist doch einsehbar. Ja, der Staat hat sich eben über Jahre in eine solche untergeordnete Position hineinmanövriert. Er hat sein Personal entlassen und das verbliebene Personal hat er nicht weiter qualifiziert auf die Höhe dieser Anforderungen, die mit solchen riesigen Verträgen verbunden sind. Und er hat gleichzeitig, und das ist ja auch schon über 10, 15 Jahre alt, sozusagen sich bei allen modernen Finanzprodukten, bei allen modernen Herangehensweisen von vornherein gesagt, unsere öffentlichen Beamten, die sind einfach da nicht geeignet. Wir holen uns von vornherein die privaten, teuren Berater. Und das ist ja eine... Eine Privatarmee nennen Sie das. Da kommen ja nicht nur die Berater. Ja, ja. Da kommen ja Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und wer kommt denn da noch? Ja, also es sind einmal die großen Anwaltskanzleien. Das sind vielfach eben amerikanische Kanzleien, die sich hier in Deutschland eingekauft haben oder Niederlassungen gegründet haben. Es sind die Wirtschaftsprüfer, die dann also Gutachten machen, dass alles gut funktioniert. Und dann gibt es die Steuerberater, weil ja, ich hatte ja gesagt, Public-Private-Partnership ist eigentlich ein Finanzprodukt. Das heißt also, der Investor zusammen mit seiner Bank legt ja für jedes einzelne PPP-Produkt einen Immobilienfonds auf. Und da können wiederum Anleger eben ihr Geld anlegen und wollen natürlich möglichst viel daraus an Gewinn schöpfen. Und ein Teil des Gewinnes für die Anleger ist ja sozusagen die Ausschüttung aus dem Immobilienfonds, der durch die Mietzahlungen der öffentlichen Hand gespeist wird. Und der andere Vorteil, der für manche Anleger, vor allem also für die sehr Vermögenden, noch sehr viel wichtiger und größer ist, sind die Steuervorteile. Und deswegen müssen zum Beispiel oder gehören dann zum Beispiel zu den Beratern auch Steuerberater. Und deren Kosten schlagen sich natürlich auch, die sind Teil der Kalkulation. Und die schlagen sich dann auch in der Miete nieder, die die öffentliche Hand zahlen muss. Ich möchte mal auf das Berliner Wasser zu sprechen kommen. Da ist es ja so gewesen, das Berliner Wasser wurde eben auch PPP-mäßig an einen französischen Konzern verkauft. Das Resultat war, dass der erst mal 25 Prozent der ursprünglichen Belegschaft entlassen hat, um damit aber die Qualität zu sichern. Dann ging der Preis nach oben und die Anlagen wurden auf gar keinen Fall saniert, wo es nötig war. Das Wasser ist inzwischen in Berlin, gehört zum teuersten Wasser, was man in Europa kaufen kann. 40 Prozent ist es im Preis gestiegen. Was ich so interessant fand, ist in den Verträgen selber gibt es eine Klausel, einen garantierten Gewinn. Also auch wenn der Berliner anfangen würde, Wasser zu sparen, so dass das Geld gar nicht reinkommt, muss der Staat das Geld draufpacken. Und von der Summe X geht immer zwei Drittel an den privaten Investor, so dass der praktisch in gar keinem Fall verlieren kann. Was mich wundert als Bürger, als Journalist sowieso, dass solche Verträge geheim sind. Weil ich verstehe unter Public und Private, dass ich als Steuerzahler, als Mitbesitzer des Wasserwerkes natürlich in die Verträge reingucken darf. Ich kann ja auch keinen Vertrag mit Mercedes-Benz schließen zu meinem eigenen Wagen. Und wenn ich selbst in den Vertrag reinschauen möchte, ist der privat. Warum ist das nicht rechtswidrig, so etwas zu machen? Ja, man hat dieses Vorgehen eben sozusagen legalisiert. Aber wer hat das getan? Ja, das hat der Bundestag getan, das hat der Gesetzgeber getan. Sind das Lobbygruppen im Bundestag? Also die Regierung Schröder, wie schon erwähnt, hat sich das ja selbst sozusagen aus dem Vorbildland England geholt und hat gesagt, wir wollen das jetzt auch in Deutschland so machen. Und zu diesem Verfahren, Public-Private-Partnership, gehört eben standardmäßig, die Investoren verlangen die Geheimhaltung der Verträge. Weil sie sagen, da steckt so viel an Kalkulation, an Geschäftswissen, an Geschäftsgeheimnis, Betriebsgeheimnis drin, dass das die Öffentlichkeit und vor allem die Konkurrenten nicht erfahren dürfen. Und gut, man könnte sagen, ja, privaten Investoren denken halt so. Aber im Wesentlichen geht es ja um öffentliche Gelder. Und da müsste man ja eigentlich sagen können, müssen... Das können ja mit uns keine Geschäfte machen. Ja, also das muss offengelegt werden. Auch die Abgeordneten, die das ja beschließen sollen, zum Beispiel hier mit Toll-Collect im Bundestag, die müssten ja den Vertrag sehen können, bevor sie das beschließen. Aber die Investoren haben sich durchgesetzt mit ihrer Forderung, nein, auch die Abgeordneten, die darüber beschließen, dürfen dieses Vertragswerk nicht sehen. Aber selbst wenn sie es sehen dürften, sie dürften darüber in der Öffentlichkeit nicht sprechen? Ja, die Geheimhaltungsklauseln in den Verträgen lauten so, dass also wenn einzelnen Abgeordneten es dann doch erlaubt wird, in die Verträge reinzugucken, dann dürfen sie erstens keine Kopien machen und zweitens dürfen sie das, was sie dann sich mit dem Bleistift aufgeschrieben haben oder sich gemerkt haben, das dürfen sie dann in die öffentliche Diskussion, beispielsweise auch im Bundestag, nicht einbringen. Und da wird ja der Bundestagsabgeordnete zum Mittäter. Ja, zum nicht wissenden Mittäter. Und ja, auch daran erkennt man sozusagen diese Unterwürfigkeit, diese Abhängigkeit, in die der Staat durch die in den letzten zwei Jahrzehnten regierenden Parteien manövriert worden ist. Ich möchte auf das Beispiel nach England kommen. In England hat man das ja auch mit der Metro gemacht und ich glaube, das Projekt ist pleite gegangen. Was bedeutet das denn für so ein Projekt, wenn der Investor plötzlich ausfällt? Warum auch immer? Ja, die Verpflichtungen, die der Investor aufgenommen hat, beispielsweise durch Kreditaufnahme, die gehen dann an die öffentliche Hand über. Was ich zu bezahlen habe, da darf ich dann schon reingucken. Ja, aber auch die Abwicklung jetzt beispielsweise in Hamburg, diese Nachforderungen und so weiter, die Abgeordneten, die sehen das nicht im Einzelnen, wie das begründet wird. Gibt es denn für sowas nicht eine Versicherung, dass der Staat auch so ein Geschäft an die Versicherung abschließt? Ja, das könnte man überlegen. Ich habe davon noch nicht gehört. Das heißt, das Risiko bleibt letztendlich beim Staat, beim Bürger. Ja, das Risiko bleibt beim Staat. Darauf können sich ja offensichtlich seit, sagen wir mal, seit der sogenannten Wende, 1990 folgende, die privaten Investoren verlassen. Der Staat haut sie raus. Wir sind beim Stichwort seit der Wende. Sie schreiben in einem Ihrer zahlreichen Bücher, unter anderem zu diesem Thema, es begann mit der Treuhand, also der Auflösung von DDR-Vermögen. Können Sie uns mal erklären, war das praktisch so eine Öffnung eines Gates für einen Markt, der woanders schon längst existierte? Ein Run auf Immobilien in neuen Ländern? Ja, also die Treuhand, die hat wesentliche Veränderungen in dieser Richtung, die wir gerade besprochen haben, sozusagen eingeleitet durch mehrere Elemente. Zum einen hat ja die damalige Regierung, das war noch unter Helmut Kohl, zur Vermarktung der ehemaligen DDR-Betriebe und betrieblichen Grundstücke, ja ganz massiv amerikanische Berater dazu geholt. Die haben PreiswaterhouseCoopers, KPMG und Mary Lynch und Goldman Sachs und so weiter herangeholt als Berater und in der Treuhandanstalt waren ja auch viele hundert staatlich Beschäftigte angestellt, aber die Honorare für diese Berater waren sehr viel höher als die Gehälter für die Festangestellten. Und das heißt also diese ganze Beraterabhängigkeit und auch diejenigen, die sich sozusagen in den angloamerikanischen Praktiken am besten auskannten, wie man etwas sozusagen global vermarktet. Und, und da spielten eben die Wirtschaftsprüfer in der Treuhand eine wichtige Rolle, wie kann man einen Betrieb im Wert möglichst runterrechnen, dass er eigentlich gar nichts wert ist. Damit ich ihn billig kaufen kann. Damit die Investoren ihn billig kaufen können. Deswegen sind ja die Berater, je dicker die Gutachten über Robotron oder sonst ein DDR-Betrieb geworden sind, desto niedriger sank der Preis und der symbolische Preis war ja dann meistens eine D-Mark. Du kannst das für eine D-Mark kaufen. Und dann eine zweite, ein zweites Merkmal, was wir auch bei Public-Private-Partnership jetzt hier gesehen haben, diese Gewinngarantie. Das begann ja auch in der Treuhand. Das heißt also, die Investoren, die jetzt ein ehemaliges DDR-Werk mit 800 Beschäftigten oder so für eine D-Mark gekauft haben, die bekamen ja dann noch Zuschüsse, damit sie das Werk überhaupt sozusagen in Gang bringen sollen. Oder dass sie die Arbeitsplätze für drei, vier Jahre erhalten sollen können. Und das ist aber von der Treuhand nie wirklich alles nachgeprüft worden. Da konnten also dann die Betriebe schon früher geschlossen werden und die Zuschüsse würden trotzdem nicht zurückgefordert. Das heißt also, ein zweites Merkmal neben den Beratern, was eben heute sehr wesentlich ist, ist diese Staatsgarantie für private Gewinne. Auch für den Fall, wie wir das bei der Bankenpleite und Bankenrettung gesehen haben, auch die konnten sich darauf verlassen, wir können Pleite machen, aber wir werden gerettet. Also was man ja auch inzwischen ist, ist ja, glaube ich, das weiß auch Liesin Müller, die Gewinne werden privatisiert und die Verluste verstaatlicht. Ja, das kennt man eigentlich schon länger, aber sagen wir mal, mit der Treuhand begann, was ich sagen will, die Professionalisierung dieser staatlichen Gewinngarantie. Unterstützt durch dieses Heer an Beratern, die das durch Gutachten und Verträge und so weiter alles im Einzelnen absichern. Wenn man sich mit der Regierung Kohl, mit Kohl selber darüber unterhält, dann sagt er, und da hat er auch recht, es gab keine Erfahrung, wie man einen maroden oder einen, wenn sich in der Implosion befindenden Staat, wie man ihn retten soll, wer durch die neuen Länder gefahren ist, der konnte gar nicht einschätzen, in welchem Ausmaß da Geld investiert werden müsste. Jede Regierung wäre da überfordert gewesen. Wir haben das ja zum ersten Mal gemacht. Das muss man jetzt mal so glauben. Oder kann es auch lassen, aber man kann ihm nicht widersprechen, dass er das schon oft gemacht hat und hier einen Fehler gemacht hat. Er hat es noch nie gemacht. Vielleicht war er naiv, vielleicht war er korrupt. Die Frage ist, es wurden ja bei der Privatisierung und beim Aufbau gewisser Werke, wieder in der ehemaligen DDR, wurden ja große Vermögen ins Land geholt, mit denen das gemacht wurde. Welche Rolle spielt denn dabei die großen Vermögensverwalter, das Geld ja irgendwo, das muss ja irgendwo herkommen. Also ich nenne mal hier zum Beispiel so eine Firma wie BlackRock. Was für eine Rolle spielt BlackRock, wird an der New Yorker Börse notiert, ist relativ groß, sage ich mal. Sie wissen, dass sie viel größer als relativ ist. Aber was war das für eine Sogwirkung für diese großen Vermögensverwalter und gibt es hier Schlüsselvermögensverwalter, die wir heute überall in Europa sehen? Ja, also BlackRock gab es damals noch nicht. Das heißt also, die Berater oder Investoren, die damals über die Treuhand dann an das ehemalige DDR-Vermögen, betriebliche Vermögen gekommen sind, das waren im Wesentlichen, sagen wir mal, europäische und viele deutsche. Auch viele deutsche Investoren, die sagen wir mal, also damals gab es den Spruch, wer als Unternehmer nicht Mitglied im CDU-Wirtschaftsrat war, der ist an keinen DDR-Betrieb günstig gekommen. Das waren also auch politische enge Verfilzungen. Klüngel. Klüngel könnte man auch sagen. Und ja, wenn Sie den Kohl zitieren, der sagt, ja, haben wir ja zum ersten Mal gemacht, wir wussten ja nicht, wie sowas geht und so. Ganz so einfach ist es nicht. Denn es war ja schon die Entscheidung, welche Berater holen wir uns? Holen wir uns die amerikanischen Berater, deren Methoden wir eigentlich kennen, oder holen wir uns andere Berater? Und da war die Frage, halten wir uns an das Treuhandgesetz oder nicht? Im Treuhandgesetz stand ja beispielsweise, dass die DDR-Bevölkerung sozusagen Gutscheine bekommt aus dem dann durch den Verkauf erwirtschafteten Vermögen. Da hat dann die Regierung Kohl gesagt, steht zwar im Gesetz, machen wir aber nicht. Und beispielsweise im Gesetz sind die Gremien der Treuhandanstalt definiert worden, Verwaltungsrat, Vorstand und so weiter. Aber nachdem die Treuhand eingerichtet worden war, ein paar Wochen später, hat die Bundesregierung ein ganz neues Gremium in der Treuhandanstalt etabliert. Die sogenannte Leitungsgremium. Und gerade da sind diese privaten Berater, wie PreiswaterhouseCoopers und so weiter, dann reingesetzt worden oder reingeholt worden. Also das heißt, die Entscheidung, welche Berater hole ich mir und wie erfülle ich das Treuhandgesetz eigentlich, da gab es schon wesentliche Entscheidungen. Das heißt, es wurden hier, wenn ich Sie richtig verstehe, große amerikanische Firmen bevorzugt. Ja, absolut. Wenn man sich mit Helmus Kohl... Ja, weil ja die Privatisierung öffentlicher Unternehmen eben in den USA unter Ronald Reagan und so weiter schon angefangen hatte und dort eben diese einschlägigen Berater und Investmentbanken das abgewickelt haben. Deswegen hat Kohl gesagt, naja, die haben das in den USA schon gemacht, die haben das schon unter Setzer schon in England gemacht, die können das, die helfen uns. Aber das war, kann man sagen, das ist der Beginn der Globalisierung gewesen? Äh, das... Für Deutschland zumindest. Jaja, also die Treuhand kann man sagen, das war sozusagen der massive Einbruch der Globalisierung in Deutschland. Heute haben wir an allen Ecken und Enden Vermögensverwalter, die Vermögen verwalten und ganze Staaten retten, auf die wir angewiesen sind. Wir erleben es gerade in Zypern, das, was uns erzählt wird, was dort passiert, passiert dort nicht. Ständig wechseln Vermögen von A nach B, nur dass die, die B sind, immer die Reichen bleiben und die, die A sind, die müssen inzwischen, da hat man es gerade versucht, auf welche Konten man da noch zurückgreift. Lassen Sie uns über Vermögensverwalter sprechen. Hat die Zahl der Vermögensverwalter in den letzten Jahren zugenommen oder sind das eigentlich dieselben, nur mit unterschiedlichen Namen, die sich immer aufsplitten, um dann verschiedene Bereiche der Welt zu verwalten? Nein, also noch bis etwa, das ist natürlich eine schrittweise Entwicklung, aber bis etwa Mitte der 90er Jahre kann man sagen, dass die großen Banken oder überhaupt, sagen wir mal, die Banken, eigentlich auch die wichtigsten Verwalter des Vermögens waren, jedenfalls der großen Vermögen, der Vermögen derer, die wir Vermögende nennen, die Vermögen der Unternehmerclans, der Unternehmerfamilien und die Verwalter der Vermögen von Pensionskassen und von Versicherungen und so weiter. Und aber, ja, seit etwa Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in den USA hat eben da eine Veränderung stattgefunden, nämlich, dass sich sozusagen ein neuer Typ von Vermögensverwaltern herausgeschält hat, die wir jetzt, sagen wir mal, mit einem etwas pauschalen Begriff Hedgefonds nennen. Die sind ja erst entstanden, die gab es ja, 70er Jahre. Können Sie mir erklären, also die Struktur erkenne ich, das ist eine Struktur, eine, wie wir sie aus dem Militär kennen. Da gibt es zwei, drei große Anbieter, die versuchen, ihr Produkt überall in den Markt zu bringen. Da kann ab und zu ein Krisenherd nicht schaden. Hedgefonds, Sie geben mir ein Stichwort. Viele benutzen das Wort Hedgefonds. Ist BlackRock ein Hedgefonds? Ja, BlackRock hat als Hedgefonds angefangen und praktiziert vieles, was sozusagen typisch für Hedgefonds sind, ist aber als einer der wenigen Hedgefonds vor einigen Jahren, hat sich dann in eine Aktiengesellschaft sozusagen umstrukturiert. Sie haben geschrieben, gegen, also Black, wenn man sich BlackRock als den größten Vermögensverwalter der Welt anguckt, dagegen ist Goldman Sachs, die wir als eine sehr große Bank empfinden, oder auch hier die USB, also United Bank of Switzerland, zweite Liga. Über was für Summen reden wir denn hier eigentlich, wenn Goldman Sachs zweite Liga ist, gegen BlackRock? Ja, also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die viele, auch Globalisierungskritiker und so, noch nicht wirklich realisiert haben, dass sich eben seit den 90er Jahren eine neue erste Liga im Finanzwesen herausgebildet hat, und die, sagen wir mal, zwei große Abteilungen haben. Die einen sind die Hedgefonds und die anderen sind die sogenannten Private Equity Fonds, wobei die Private Equity Fonds sozusagen etwas, oder relativ viel kleiner sind. Lassen Sie uns aufdröseln, lassen Sie es bei den Hedgefonds bleiben, sonst haben wir zu viele Begriffe, die wir nicht geklärt haben. Was ist ein Hedgefonds? Ja, ein Hedgefonds ist ein Vermögensverwalter, der also das Vermögen von sehr vermögenden Leuten sozusagen verwaltet. Das heißt also, Hedgefonds haben keine Bankschalter beispielsweise, die haben keinen Publikumsverkehr, sondern es gibt natürlich größere und kleinere Hedgefonds, aber sagen wir mal, die kleinen Hedgefonds, die fangen an, Vermögen vielleicht von etwa ab 50 Millionen aufzunehmen, als ein Vermögen, das sie dann vermehren, spekulativ einsetzen und so weiter. Bei den ganz großen Hedgefonds, wie beispielsweise BlackRock, da fängt, also da müssen sie schon mal mit 500 Millionen ankommen, um überhaupt sozusagen zugelassen zu werden. Die Big Player. Ja, ja, das sind sozusagen die Biggest Player, die wir heute haben. Und weil sie nur sozusagen mit den allerwichtigsten vermögendsten Kunden oder deren Geldern arbeiten, brauchen sie relativ wenig Personal. Also beispielsweise die Deutsche Bank, die weltweit 140.000 Beschäftigte hat, aber nur einen Bruchteil dessen verwaltet oder an Geldvolumen umwälzt wie BlackRock. BlackRock hat gerade mal etwas über 10.000 Beschäftigte. BlackRock ist der größte Anteilseigner der Deutschen Bank. Das heißt, sie investieren ja da. BlackRock ist auch im gesamten DAX-Markt vertreten. Ich glaube, die 30 größten DAX-Konzerne, deutschen DAX-Konzerne, sind gar nicht mehr DAX-Konzerne. Das bedeutet Globalisierung eben auch. Da ist BlackRock auch mit drin. Wo ist BlackRock denn nicht mit drin? Also BlackRock, also Hedgefonds bedeutet ja ursprünglich und ein solches Element ist also im gegenwärtigen Verhalten von BlackRock noch drin. Hedge heißt ja, ich sichere etwas ab, ich schütze etwas. Gewinne. Ja. Okay, klar. Ich schütze sozusagen meine Investitionen vor Verlust, möglichst. Und zu den Techniken dieses Schützens, dieser riesigen Vermögen gehört es, dass eben, und da ist BlackRock sozusagen führend, das angelegte Billionenvermögen, ja. Also man sagt, BlackRock würde etwa 3,6 Billionen Dollar an Vermögen verwalten. Und sozusagen zum Schutz der Gewinne aus diesen großen Anlagen verteilt eben BlackRock, und das machen andere Hedgefonds auch, das Vermögen auf Hunderte von, vor allem den großen Unternehmen der Welt. Das heißt also deswegen... Die streuen das Risiko. Die streuen das Risiko weit. Und beispielsweise deswegen ist BlackRock erstens in allen großen deutschen Unternehmen, zum Beispiel den 30 DAX-Konzernen, als Eigentümer, Miteigentümer, Großaktionär vertreten. Aber gleichzeitig sind die Anteile, die zum Beispiel BlackRock und andere Hedgefonds an diesen Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank und so weiter, sind im Vergleich zu früher relativ niedrig. Das heißt also, BlackRock ist mit 5,14 Prozent der Aktionäre der Deutschen Bank schon der Hauptaktionär. Das schließt nicht aus, dass, wie Hedgefonds eben so vorgehen, die haben dann noch x Tochterfirmen, Tochterfonds, die dann mit geringeren Anteilen auch noch an der Deutschen Bank und an Siemens und so weiter beteiligt sind. Aber diese fallen ja unter die Publizitätsgrenze, in Deutschland nach Aktiengesetz, müssen die Aktionäre nur ihren Anteil offenlegen, der über 3 Prozent liegt. Ist die Idee dahinter, dass wenn es zu Entscheidungen geht, dass man praktisch verschiedene Strohfirmen in der Firma hat, deren Stimmen man mit einsammelt und sagt, das wollen wir machen? Genau. Genau. Und, aber BlackRock ist natürlich nur, ich meine Deutschland oder auch die Deutsche Bank ist nicht der Nabel der Welt, also BlackRock ist praktisch an allen wichtigen amerikanischen Unternehmen beteiligt. Mit ähnlichen, sozusagen relativ kleinen Anteilen, mit 5 Prozent bei Coca-Cola, mit ein paar Prozent bei Hewlett-Packard und so weiter. Aber es geht in jedem Fall immer um sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, natürlich. Und auch typisch für diese Art Vermögensverwaltung von BlackRock und ähnlichen, diese Anteile, die wechseln relativ schnell, weil ja die Hedgefonds jetzt nicht wesentlich davon leben, von den Ausschüttungen, von den Dividenden, die ja ohnehin heute nicht mehr so hoch sind, wie das mal früher mal war, sondern die Hedgefonds, die spekulieren ja auch mit der Entwicklung der Aktienwerte, die sie haben. Ja, das heißt also, die geben Wetten auf, auf die Entwicklung der Aktienwerte von Deutsche Bank oder von all den Unternehmen, in denen sie drin sind, die sie ja durch ihre Aktienbeteiligung auch sehr gut kennen und auch deswegen wissen, wie entwickelt sich. Herr Rüge, aber jetzt sind wir in einem Geschäft drin, wo man jetzt anfängt, okay, zu merken, das wird viel komplexer, als man eigentlich denkt. Wir steigen mal oben in diese Pyramide ein. Da haben wir jetzt einen Hedgefonds, das ist ein Investor, der sagt, okay, ich interessiere mich zum Beispiel für ein PPP-Projekt. So, darf er ja machen, mit den Verträgen und den Gewinngarantien, wo ich schon vorher sagen kann, wie die Sache aussieht, weil ich jetzt schon weiß, was ich später anmahnen werde und wie die Miete sich tatsächlich entwickelt, auf die ich dann schon meine Spekulation und so weiter. So ein Objekt, was ich mir anschaue, das muss ja dann begutachtet werden. Da schicken Hedgefonds ja ganz gerne eine Ratingagentur ins Rennen, an der sie möglicherweise sogar beteiligt sind. Kommen wir zur Ratingagentur. Ratingagentur fällt immer wieder, spätestens seit 2008, hat jeder das Wort schon mal gehört, Ratingagenturen begutachten, ich das richtig verstanden habe, ja auch Objekte und haben sich 2007 ja oft ziemlich vertan. Dennoch gibt es sie immer noch und sie haben eine immer größere Macht am Markt. Nennen Sie doch mal die drei größten Ratingagenturen und wie viel Prozent diese drei Ratingagenturen, was Ratings angeht, eigentlich abdecken? Ja, also seit der Finanzkrise, weil es klar war, dass diese drei größten Ratingagenturen eben Mit-Täter, Mit-Verursacher der Finanzkrise sind, durch ihre Falschbewertungen, diese Namen, die hat ja jeder schon bis zum Erbrechen wahrscheinlich gehört, Standard & Poor, Smoothies und Fit und die haben eben etwa 97 Prozent des sozusagen Rating-Weltmarktes. Es gibt hunderte von anderen Ratingagenturen, die können sozusagen Noten rausgeben und danach richtet sich sozusagen keine Sau. Was ich interessant finde ist, vor der Krise war die Abdeckung 95 Prozent, also ein Monopol ist da und nach der Krise, also nachdem die Ratingagenturen bewiesen haben, dass sie es nicht drauf haben, liegt das bei 97 Prozent. Ja, das... Das verstehe ich nicht. Ja. Wie ein Rennpferd, was nie durchs Ziel geht und das wird dann wertvoller. Ja, für die Investoren gehen die Ratingagenturen sehr gut durchs Ziel. Denn zum Beispiel auch diese ganzen Abwertungen in Griechenland und so weiter, die haben den Investoren ja viel höhere Zinsen gebracht. Und die Wetten, die sie ausgeben, diese Investoren auf die Entwicklung der griechischen und italienischen und so weiter, Staatsanleihen, damit machen sie ja auch gute Geschäfte. Und ja, weil sie schon die Ratingagenturen erwähnt haben, also diese Hedgefonds, oder Vermögensverwalter wie Blackrock oder Vanguard oder FMR oder das sind alles Namen, die eigentlich die Öffentlichkeit gar nicht kennt, obwohl das die erste Liga heute ist. Alle diese Hedgefonds und Vermögensverwalter sind ja auch gleichzeitig die Eigentümer der Ratingagenturen. Also das ist doch ein Interessenkonflikt. Ja, da würde man sozusagen ganz von einem klassischen Interessenkonflikt sprechen, aber... Das ist wie ein Klinikum, was Ärzte beschäftigt und falls es zu einem Ärzte-Pfusch käme, der Begutachter wird vom selben Krankenhaus bezahlt. Genau. Ja. Also das ist eigentlich ein Skandal, eine Verfilzung, eine moderne Form der Korruption mit so vielen Auswirkungen auf so viele Menschen, Staaten und Unternehmen, ja, dass man sich fragen müsste, eigentlich auch in der Politik, in der öffentlichen, in den Medien, dass dieser Skandal nicht weitergehen darf, aber so haben sich Politik, Medien nach anfänglicher bisschen Aufregung überhaupt nicht verhalten. Ich habe das mal versucht, an einem Beispiel einen Grund zu finden, warum beispielsweise Medien zwar anfangs geschimpft haben, aber nachher die Ratingagenturen und da sozusagen wieder wie vorher vor der Krise als objektive Bewerter bezeichnen, ja, also beispielsweise die, das führende Printorgan der westlichen Welt, die New York Times, gehört auch, da ist auch Blackrock beispielsweise, Miteigentümer. Oder wenn Sie sich mal anschauen, Sie haben ja von Fitch gesprochen, als je einer Firma, die Robin Buffett Miteigentümer von Coca-Cola gehört, Hearst ist ein riesiger Medienkonzern, also die Hearst-Presse kennt man damals, als es losging mit der Massenpresse, Hearst und Pulitzer, das war die Presse. Also das heißt, die Agentur, die Ratings macht, verfügt gleichzeitig über eine flächendeckende Presse, die alles, was die Agentur dann bewertet und die Ergebnisse, die stattfinden, wo vielleicht der User gar nicht weiß, dass Fitch da mit bewertet hat, die das dann schön schreibt. Ja, oder das eben einfach übernimmt. Ja. Nicht? Also die Ratingagenturen, wenn sie Staaten, Unternehmen bewerten, also so ein Rating ist ja vielleicht schon mal zwei, drei, vierhundert Seiten lang, aber die Ratingagenturen, die veröffentlichen dann auf ihren Websites und so weiter und geben das an die Presse, so Kurzfassungen, drei, vier, fünf Seiten und so weiter und ja, das übernehmen dann halt die Medien eigentlich, also die brauchen dann gar nicht mehr jetzt viel schön zu schreiben, sondern die Ratingagenturen, die schreiben das ja schon so. Kannst du einfach übernehmen. Ja. Herr Rügemann, als ich mich mit Ratingagenturen und ihren Büchern beschäftigt habe, bin ich auf einen erstaunlichen Satz gestoßen, der mich nachdenklich gemacht hat, nämlich Ratings sind keine Fakten. Was sind sie denn dann? Ist das Raten? Ist das im blauen Dunst? Nein, nein, das ist kein blauer Dunst, sondern das ist sozusagen eine hochprofessionelle Unterstützung der heute wichtigsten Finanzakteure, beispielsweise. Ist das eine Analyse? Nein, es ist sozusagen, die Ratingagenturen sind ein Instrument der Kreditgeber und der, also der Banken, der Vermögensverwalter und so weiter. Aber wie werden sie eingesetzt? Ein Rating wird ja bestellt, eingeholt. Die Banken sind oft beteiligt an den Ratingagenturen, bezahlen die Ratings. Das heißt, man weiß, dass man, weil man sie ja auch bezahlt und man die Konkurrenz ja auch noch kennt, dass man ein entsprechendes Rating haben möchte auf ein Objekt, um das es dann geht, weil man hat was davon. Aber was machen denn diese Ratingagenturen dann konkret? Wie gucken sie sich denn einen Laden an, der übernommen werden soll? Ja, beispielsweise, wenn ein großes Unternehmen einen neuen Kredit aufnehmen will, dann ist es sozusagen auch per Gesetz verpflichtet, vorher ein Rating zu bestellen und zu kaufen. Möchtet das die Börsenaufsicht? Ja, die Börsenaufsicht unterstützt das, auch beispielsweise die Europäische Zentralbank oder die deutsche Börsenaufsicht, BaFin, hat in ihren Statuten die Festlegung, wir richten uns nach den Ratings dieser drei Agenturen. Dieser drei? Dieser drei und noch einer vierten inzwischen, DBRS, das ist eine kanadische, die aber bei weitem nicht über diese Marktmacht verfügt. Muss man sich das vorstellen, wenn ich, sage ich mal, als Pilot irgendwo arbeiten möchte, dass ich vorher zu einem Arzt gehen muss, der mich durchcheckt, ob ich denn gesund bin. Kann man sich das so vorstellen? Ja, das kann man sich so vorstellen, aber die Ratingagenturen arbeiten ja nur im einseitigen Interesse der Kreditgeber. Und sie können das aber so folgenreich und mächtig tun, weil sie ja nicht nur, sagen wir mal, privatrechtliche Unternehmen sind, also alle Ratingagenturen, das sind zum Beispiel Aktiengesellschaften und private Unternehmen und da könnte man sagen, okay, die bieten sozusagen die Dienstleistung Rating an und wer es haben will, der holt sich das und wer es nicht haben will, der holt sich das nicht. Aber, so ist es ja nicht, die Ratingagenturen sind zwar nach wie vor private Unternehmen, aber sie handeln im staatlichen Auftrag. Das heißt, begonnen hat das in den Vereinigten Staaten von Amerika Mitte der 70er Jahre, da wurden diese ursprünglich ja tatsächlich rein privaten Agenturen mit mit einem hoheitlichen Auftrag belehnt. Das heißt also seitdem... Wie so eine Art TÜV. Ja, wie so eine Art TÜV, der ist vorgeschrieben. Das heißt, alle anderen Marktteilnehmer müssen sich jetzt per Gesetz nach den Ratings richten. Es ging darum, Anleger zu schützen. Der Anleger, der nicht die Chance hatte, sich die Firma exakt anzugucken, sollte sich auf die Ratings verlassen können, sondern die sagen. Jetzt kannst du überlegen, ob du investierst. Ja, das klingt dann mal pauschal. Das war auch die anfängliche Aufgabe dieser Ratingagenturen, die sozusagen ihre Produkte, ihre Zeitschriften, ihre Bücher, ihre Beratungsleitungen sozusagen privat verkauft haben. Einschätzungen. Ja, das konnte man sich kaufen und danach konnte man sich als Anleger entscheiden, kaufe ich die Aktie dieses Unternehmens oder eines anderen. Aber in den USA wurde eben in den 70er Jahren dieses System völlig verändert. Der Bezahlmodus. Ja, der Bezahlmodus wurde verändert, also nicht mehr die Anleger kaufen sich sozusagen diese Beratungsdienstleistung, sondern diejenigen, die einen Kredit haben wollen, beispielsweise. Oder diejenigen, die, wie vor der Finanzkrise, ein dickes Wertpapier auf den Markt bringen wollen. Wenn Goldman Sachs wieder ein paar Zehntausend, Hunderttausend des solcher maroden Einzelhypothekenkredite in einem Wertpapier zusammengefasst hat, dann sind sie vorher zu Standard & Poor's oder Moody's gegangen und haben gesagt, welche Note gibst du mir? Und je besser die Note ausfiel, desto besser, schneller, teurer konnte dieses Wertpapier dann verkauft werden. Das heißt also, die Macht der Ratingagenturen liegt in dieser Gleichzeitigkeit. Sie gehören den heute mächtigsten Finanzakteuren und sie haben den staatlichen Auftrag. Und dieses System, was in den USA entwickelt worden ist, ist dann eben auch 90er Jahre, 2000er Jahre schrittweise in die Europäische Union und in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgenommen worden. Was ich so erstaunlich finde, ist, dass Ratingagenturen vom Staat verpflichtend eingesetzt werden, dann aber für das, was sie tun, nicht haften. Wenn ich den TÜV vergleiche, wenn ich mit meinem Auto zum TÜV fahre und der winkt mich nicht durch, weil was kaputt ist, dann muss ich das reparieren lassen, bis das durchgewunken wird. Aber wenn es durchgewunken wird und ich fahre dann vom Hof und das Rad trennt sich, dann kann ich sagen, Entschuldigung, der Wagen hat gerade TÜV bekommen, ihr habt mir das Go gegeben, was jetzt kaputt geht, geht auf eure Rechnung. Bei Ratingagenturen ist das nicht so. Genau. Wozu brauche ich sie dann? Ja, also ich finde, das ist ja dann sozusagen die höchste Form dessen, was wir in einem erweiterten Sinne als Korruption bezeichnen müssen. Denn sie haben sozusagen staatlich verliehene Macht, die ich nehmen muss, die ich nehmen muss als Marktteilnehmer, aber sie unterliegen keinerlei Haftung, jedenfalls bisher. Und so sind ja nicht nur die letzte Finanzkrise mit verursacht worden, sondern auch schon vorherige Finanzkrisen, Asienkrise, Mexikokrise und so weiter und so fort. Und ja, und das ist dieser sozusagen eigentlich nicht lösbare Widerspruch. Ratingagenturen agieren im Interesse ihrer Eigentümer und der Kreditgeber, aber sie unterliegen keiner Haftung. Und der Staat schützt dieses System und zwar auch dann, wenn der Staat selber einen Schaden davon hat. Das ist erstaunlich, dieser Satz. Sie haben sich vielleicht schon daran gewöhnt. Ja, also ich weiß, für viele Bürger klingt das so unglaublich. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen, was auch mit Transfer zu tun hat im weitesten Sinne, weil auch bei einem Rating wechselt ja immer Kapital von A nach B. Die einen investieren, das Geld geht verloren, aber es wird ja nicht verbrannt im physischen Sinne, es wird nur transferiert. Das ist ja auch die Frage, da wurde sehr viel Geld kaputt gemacht. Nein, Geld hat den Besitzer gewechselt. So müsste man das eigentlich sagen. Das Geld landet schon woanders, Geld wird aus dem Markt gezogen, von welchem Anleger auch immer, von dem, der wahrscheinlich glaubt, die News stehen in den Börsennachrichten der New York Times. Wenn sie dort drin stehen, ist das Geschäft schon gelaufen, sage ich ja immer. sehen wir auch in Zypern, der Kleinsparer wird deswegen bedienen, weil er keine Ahnung hat, der Großsparer ist schon längst raus. Lassen Sie jetzt auf eine andere Möglichkeit kommen, wie man sich bedienen kann, nachdem wir auch über PPP gesprochen haben. Cross Border Leasing, abgekürzt CBL. Das klingt so ein bisschen wie eine Erbkrankheit, sage ich mal, aber es ist viel schlimmer. Sie sind auch in einigen Filmen vorgekommen und haben erläutert, dass zum Beispiel die Straßenbahn von Zürich zum Beispiel, vielleicht gar nicht mehr den Züricher Bürgern in der Schweiz gehört, das ist Cross Border Leasing. Können Sie mir das nochmal erklären? Wer hat denn Interesse, die Straßenbahn in Zürich zu verkaufen, nach Amerika? Die wird ja nicht abtransportiert. Nein, nein. Also auch das, dieses sogenannte Cross Border Leasing, ist sozusagen ein Finanzprodukt. Das haben sich Banken, Investmentbanken und ihre Berater, ihre Wirtschaftsprüfer und Anwaltskanzleien ausgedacht. Es ist ein Finanzprodukt. Und das besteht darin, beziehungsweise das wurde also von den USA aus etwa seit Mitte, Anfang, Mitte der 90er Jahre, des letzten Jahrhunderts, sozusagen auch globalisiert, global verkauft. Und das Prinzip besteht darin, oder bestand darin, inzwischen wird das ja nicht mehr neu gemacht, das Prinzip bestand darin, dass ein amerikanischer Investor, in der Regel eine Bank, eine öffentliche Anlage in Europa, in Deutschland, gekauft hat, in Anführungszeichen. Das heißt also, ein Investor, eine Bank, hat die Kanalisation von Köln beispielsweise für zwei Milliarden Dollar gekauft. Hat so stattgefunden? Das hat sozusagen auf dem Papier, vertraglich geregelt, auf 2000 englischen, nie übersetzten Seiten, so stattgefunden. Das heißt, der englische Investor versucht sein Geld gewinnbringend unterzubringen und sagt, wir haben hier die Kölner Kanalisation, von der wissen wir, dass sie auch morgen noch gebraucht wird. Ja, ja, aber da zeigt sich auch, dass der Begriff der Investition völlig sozusagen ausgehöhlt und verändert wurde. Das handelt sich nämlich nicht in dem Sinne, wie der Mensch, wie das mal gedacht war oder wie die meisten Menschen das immer noch glauben. Wir bauen da etwas. Ja, wir machen da etwas. Da entsteht etwas Neues durch eine Investition. Aber dieser Begriff der Investition ist bei Cross-Border-Leasing völlig sozusagen missbraucht worden. Pervertiert. Pervertiert worden. Denn dieser Kauf der Kölner Kanalisation für zwei Milliarden Dollar durch eine amerikanische Bank, First Fidelity hieß die, war sozusagen rein fiktiv. Der Investor in den USA hat sich nicht das Geringste um diese Anlage gekümmert. Der hat nie irgendwie einen Cent ausgegeben oder einen Dollar, um irgendein Kanalrohr zu sanieren oder so. Der hat überhaupt nichts mit seinem Investment zu tun gehabt. Sondern es war ein reines Kapital-Karussell. Das ist zudem in Deutschland, als das gemacht wurde, auch hier in Köln, wo ich es ja aus der Nähe mitbekommen habe, auch nicht wahrheitsgemäß dargestellt worden. Damals ist ja nur gesagt worden, ja, der Investor, der wird vom amerikanischen Staat sozusagen steuerlich gefördert, wenn er Eigentum im Ausland erwirbt. Und der Investor hatte also damit einen Steuervorteil. Und deswegen hat er noch Köln? Ja, deswegen hat er das gemacht. Und deswegen hat dann zur Belohnung die Stadt Köln 80 Millionen sozusagen sogenannten Barwertvorteil Cash in the Tesh, wie der Kölner sagt, sofort überwiesen bekommen. Und der Vertrag lief aber auch 30 Jahre. Und was aber da wirklich im Hintergrund ablief, das wurde nicht wirklich öffentlich gesagt, weil dieser fiktive Kauf der Kölner Kanalisation war nur der Auslöser für ein Geldkarussell zwischen sechs Banken. Das heißt also, der Investor, die Bank, hat diese zwei Millionen Dollar ja nicht selbst aus eigenen Beständen genommen, sondern hat sich bei zwei anderen Banken die zwei Milliarden geliehen. Unter anderem bei einer deutschen Landesbank, bei der norddeutschen Landesbank im Kölner Fall. Und diese zwei Milliarden sind dann also übrigens noch durch eine eigens gegründete Briefkastenfirma in Delaware des Investors dann durchgeleitet worden und sind aber gar nicht beim Verkäufer der Stadt Köln gelandet, sondern diese zwei Milliarden US-Dollar abzüglich der 80 Millionen, die die Stadt Köln dann für ihr Mitton sozusagen bekommen hat, diese 1,9 und so weiter Milliarden Dollar sind dann bei drei anderen Banken gelandet. Die sogenannte Schuldübernahme Banken und Depot Banken. Das heißt also, diese anderen Banken haben durch dieses Karussell einen kostenlosen Kredit bekommen. Das heißt, zwei dieser Schuldübernahme Banken, ich hoffe, es wird nicht so kompliziert, ich versuche da nicht zu kommen. Aber ich meine, das war die Begrifflichkeit, ich meine, sowas denken sich eben diese Jongleure aus, diese zwei Schuldübernahme Banken, die haben, sagen wir mal, eine Milliarde von dem Kaufpreis sozusagen umsonst bekommen als kostenlosen Kredit, hatten nur die Verpflichtung, während der ausgemachten vereinbarten Laufzeit von 30 Jahren sozusagen jährlich namens der Stadt eine Miete zu bezahlen, damit die Stadt Köln wieder ihre Kanalisation benutzen darf. Und eine dritte Bank, das war im Kölner Fall die United Bank of Switzerland, die hat auch einen Teil, ein paar hundert Millionen von diesen zwei Milliarden bekommen und hatte die Aufgabe, in 30 Jahren sozusagen aus diesen anfänglichen Millionen den Rückkaufpreis zu erwirtschaften. Also auch diese United Bank of Switzerland hat mit diesen hohen Dollarbeträgen einen kostenlosen Kredit bekommen, mit dem sie dann weiter wirtschaften konnte, weiter spekulieren, kaufen, investieren und sonst was konnte, musste nur am Ende der 30 Jahre namens der Stadt den Kaufpreis wieder zurückerstatten, damit die Stadt Köln wieder ganz über ihre Kanalisation verfügt. Das heißt also, auch dieses Cross-Border-Leasing ist ein vor der Öffentlichkeit geheim gehaltenes Kapital-Karussell, wo die unterschiedlichen beteiligten Banken unterschiedliche Vorteile hatten. Die eine Bank hatte einen Steuervorteil, die andere Bank hat einen Kredit kostenlos bekommen, konnte daraus einen Kredit wiederum an den Investor geben und da hat Zinsen kassiert. Was mich jetzt als Kölner interessieren würde, während die Kanalisation einer amerikanischen Bank gehört, jedenfalls für mich, kümmert sich irgendjemand um diese Kanalisation, falls da was kaputt geht? Nein, also in den Verträgen hieß es immer, bei diesen Cross-Border-Leasing- Verträgen, der Investor kümmert sich nicht um das Gekaufte. Aber wer denn dann? Die Stadt Köln wie bisher, als wäre nichts passiert. Auch daran erkennt man, dass das rein fiktiv ist, aber trotzdem einen Kreislauf von 2 Milliarden gelöst hat, die steuerlich bevorteilt worden sind, die Zinsen gebracht haben und ja, also und auch sagen wir mal das, was wir eigentlich als Investition verstehen, sozusagen völlig pervertiert haben. Seit dieser Art Finanzprodukten gilt ja alles Mögliche, auch jede Spekulation als Investition. Davon müssen wir uns trennen, dass eine Investition bedeutet, da baut jemand etwas Neues auf. Genau. Es kann auch sein, wir kaufen irgendwas Barodes transferieren die Kohle im Kreis rum und das, was wir da gekauft haben, interessiert uns überhaupt gar nicht. Ja, also zum Beispiel die großen Hedgefonds und Investmentbanken, die geben Wertpapiere auf, auf die Entwicklung griechischer Staatsanleihen. Das ist eine Investition, obwohl es eine reine Spekulation. Das sind Wetten. Das sind Wetten, genau. Jetzt sind wir in Köln, in Köln habe ich immer bezeichnet als das Silicon Valley der Korruption, das hat auch damit zu tun, Sicht ein Stadtteil, die Republik angefangen hat. Da gibt es diesen klassischen Kölner Klüngel, den Filz, die Verfilzung. Sie haben sich mit einer Bank, ich glaube es war die fünftgrößte Privatbank Europas, mit Sitz in Köln, Sie haben sich intensiv beschäftigt, Saal Oppenheim, und haben ein Buch darüber geschrieben, was hier auf dem Tisch liegt, der Bankier, über den sie geschrieben haben, ein Freiherr. Es war die größte Privatbank Europas zuletzt. Okay, die größte, ich sagte, okay, dann doch viel größer der Skandal. Dieser Bankier ist während der Recherchen weggestorben, vielleicht weil er es wusste, was sie schreiben werden. Sie haben das Buch trotzdem veröffentlicht, es gab aber im Vorfeld ziemlich viel Stress, ich glaube es gab 270 Einwendungen, daher sollten sie etwas schwärzen lassen. Welche Größenordnung hat eine Bank wie Oppenheim in diesen ganzen Korruptionsgeschäften in Deutschland, wenn Sie sagen, es ist die größte Privatbank, kann so eine Bank oder konnte so eine Bank, sie gehört ja inzwischen glaube ich der Deutschen Bank, kann so eine Bank mithalten mit den Banken, die heute am Markt sind? Nein, also das Bankgeschäft im Kapitalismus hat ja mit solchen in Italien früher, dann aber im Rest Europa sozusagen etwa im 18. Jahrhundert Privatbanken angefangen, oft also von jüdischen Bankiers, Rothschild und so weiter sind die bekannten Namen, Oppenheim gehört auch dazu, 1789 und so gegründet und von dieser Art Privatbanken, die dann zum Teil jahrhundertelang im Eigentum einer großen Eigentümerfamilie geblieben sind, deren Aktien nicht an der Börse gehandelt worden sind und die besonders diskret gearbeitet haben, die Zeit für diese Privatbanken ist schon seit längerem abgelaufen, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland vielleicht noch 15 Privatbanken, heute gibt es vielleicht noch fünf oder sechs und also die konnten mit diesen Größenordnungen, wie sich die andere Bankenwelt entwickelt hat, nicht mehr mithalten, deswegen hat zum Beispiel eben die Bank Oppenheim versucht, sozusagen durch Erschließung neuer Geschäftsfelder, riesiger Immobilienkredite, auch mit Städten, sich da neue Gewinnmöglichkeiten zu erschließen, aber hat nicht geklappt. Es war dann offensichtlich nur noch mit so betrügerischen Formen möglich, dass das also selbst in einem bürgerlichen Staat, der so viel Rücksicht auf Banken nimmt und sie rettet, wenn sie in die Pleite gehen, dann werden doch solche Privatbanken heute nicht mehr gerettet. Die Bank, von der Sie sprechen, nämlich Oppenheim, hat ja 2007, glaube ich, einen letzten Versuch unternommen und den Firmensitz nach Luxemburg verlegt. Luxemburg fällt immer wieder, Luxemburg als ein Steuerparadies. Luxemburg ist ein Teil in Europa. Warum gibt es denn solche Steuerparadiese überhaupt in Europa, von denen aus man quasi wie eine Krebszelle ganze riesige Staaten destabilisieren kann? Das habe ich nicht verstanden. Ja, also ich verwende ja den Begriff Finanzparadies. Ja, also ich weiß, die meisten Bürger und so weiter, auch in der Globalisierungskritik, die sprechen immer noch von Steuerparadiesen, weil das sozusagen am bekanntesten geworden ist, dass man eben nach dem traditionellen Vorbild auch Schweiz, Lichtenstein, eben sein Vermögen steuerschonend, steuerhinterziehend anlegen konnte. Aber die Finanzoasen heute, und das sind eben auch Luxemburg und die Schweiz und die Cayman Islands und der kleine Bundesstaat Delaware in den USA, das sind eben nicht nur und nur noch zum wenigsten Steuerparadiese. Dieser Aspekt ist öffentlich immer wieder, wird immer wieder diskutiert, aber die haben sich zu Finanzoasen gewandelt. da werden heute die größeren Geschäfte gemacht. Beispielsweise diese ganzen Hedgefonds, von denen wir gesprochen haben, auch Blackrock, auch zum Beispiel die Ratingagenturen und auch die großen Wirtschaftsprüfer, die haben alle ihren Sitz, ihren rechtlichen Sitz in Finanzoasen. Nicht unbedingt, weil sie da jetzt viele Steuern sparen können, das tun sie wahrscheinlich auch, aber die Finanzoasen haben eben auch sozusagen den Vorteil, dass sie nicht der klassischen Finanzaufsicht, der klassischen demokratischen Staaten wie Deutschland, Frankreich, USA und so weiter unterliegen in den Finanzoasen. Da können sie eben, da unterscheidet sich Luxemburg gar nicht von den Cayman Islands, da können sie eben eine Firma gründen, wo aber im Handelsregister nicht ihr Name steht. Im Handelsregister steht nur ein Fantasienamen. Ja, also als Firmenname können sie einen Fantasienamen wählen und als Name steht nur der Treuhänder vor Ort. Das heißt also eine Anwaltskanzlei oder ein Notar, der das für sie einrichtet, der sich mit seinem Namen dann und dem Fantasienamen Sea Star oder Morningstar oder so im Handelsregister einträgt, aber der eigentliche Eigentümer, der Berechtigte, der ist dann nicht sichtbar. Das ist wie wenn ein Flughafen sich nach dem Hausmeister benennt. Das wäre so vergleichbar. Was bringt das? Sie können einmal ganz wesentliche Finanztransaktionen hinter den Kulissen ablaufen lassen. Zum Beispiel Attac hat das ausgerechnet oder hat das nachrecherchiert oder diese amerikanische Initiative Tax Justice Network die haben das rausgefunden. Die Deutsche Bank besteht das kann man in ihrem Beteiligungsbericht auch nachlesen wird auch in Deutsch veröffentlicht aus etwa 2300 einzelnen Unternehmen und davon sind 1086 glaube ich auf den Cayman Islands in Luxemburg auf Malta und sonst wo Delaware sozusagen domiziliert wie die Fachleute sagen. Und das heißt wenn sie beispielsweise jetzt über eine solche wenn die Deutsche Bank über eine solche Firma jetzt Aktienpakete kauft von einer von einem Unternehmen oder Kredite vergibt oder einen Fonds auflegt mit Wertpapieren dann wird das durch keine Finanzaufsicht registriert. Ist das Teil eines Schattenbankensystems? Ja also schon in den 90er Jahren haben Schweizer Wissenschaftler von einem okkulten Parallelsystem Sie kennen tolle Begriffe Herr Okkultes Parallelsystem würde ich für eine Religion halten aber wir reden hier über Geld auch eine Form der Religion ja ja nicht also das hat durch diese Techniken die sagen wir mal in diesen klassischen Finanzoasen wie Luxemburg Lichtenstein Schweiz die schon sagen wir mal in den nach dem ersten Weltkrieg solche Techniken noch sagen wir mal etwas im kleinen Stil entwickelt haben aber daraus ist eine ja okkulte Parallelwelt entstanden wo heute die wesentlichen Finanztransaktionen abgewickelt werden die also sozusagen dem was die 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 demokratischen Staaten die sich so bezeichnen noch sozusagen als Restbestand an staatlicher Kontrolle haben an Finanzaufsicht die entgehen dem kann man sagen die effektivste Grundlage für solche Geldvermehrungssysteme die wie Krebszellen vor sich hin arbeiten und aus viel Geld immer noch mehr Geld machen ich glaube das kann man allen sagen da kommen immer mehr Nullen raus das Komma wird versetzt ist die wesentliche Grundlage für das Geschäft die Verschuldung von ganzen Ländereien von Staaten von Regionen von Kontinenten ist die das in die Schuld treiben eines Staates nicht die Grundbedingung damit diese Companies zuschlagen können als Retter auftreten ja das stimmt aber es sind ja da wird ja gegenwärtig viel öffentlich drüber gesprochen aber das Geschäft der Kreditgeber die auch von den Ratingagenturen sozusagen gestützt werden das sind ja auch Unternehmen und es sind eben auch die Konsumenten das heißt also heute lebt ja praktisch die Wirtschaft nach angloamerikanischem Vorbild nur noch mit Hilfe von Krediten das heißt wenn eine Firma beispielsweise was ja seit zwei Jahrzehnten sehr häufig geschieht und durch Berater gestützt wird und so weiter wenn eine Firma eine andere Firma kaufen will feindliche Übernahme oder freundliche Übernahme das wird in der Regel nicht aus der Kasse des kaufenden Unternehmens bezahlt sondern durch Kredite und wenn eine Firma ein neues Produkt auflegt eine neue Produktionshalle irgendwo hinter Indien eröffnet alles geschieht ja durch Kredite das heißt also was die Öffentlichkeit eigentlich nicht weiß sehr viel höher als die Staaten sind die privaten Unternehmen verschuldet sind die Banken viel höher verschuldet und das heißt also die Staatsverschuldung spielt von der Größenordnung her eine relativ geringe Rolle und die großen Kreditgeber die leben eben wesentlich davon dass sie eben dass die ganze Wirtschaft und auch sagen wir die staatliche Finanzierung praktisch nur noch über Kredite läuft und da könnten wir zurückkommen auf die Ratingagenturen weil die ja oft mit den Staaten in Verbindung gebracht werden die Ratingagenturen haben wir ja gesagt arbeiten weil sich per Gesetz alle Marktteilnehmer danach richten müssen aber die Rating und die Ratings werden dann von denjenigen bezahlt und bestellt die eben das Rating erst mal vorweisen müssen um einen Kredit zu bekommen aber die Ratingagenturen haben auch das Recht von sich aus einem Staat zum Beispiel ein Rating zu verpassen auch wenn der das überhaupt nicht bestellt hat und das ist zum Beispiel der Fall gewesen bei diesen ganzen Herabstufungen Griechenlands und so weiter niemand hat da ein Rating bestellt aber die Ratingagenturen haben geht aufs Haus ja also die haben sozusagen obwohl die sonst also die Ratinggebühren sind sehr hoch die können in die Millionenbeträge gehen ja und die Ratingagenturen sind ja auch sehr sagen wir mal profitorientierte Unternehmen aber wenn es für sie und für die Kalkulation ihrer Eigentümer gut ist dann legen sie von sich aus einen Zeitpunkt fest wen sie jetzt zum Beispiel ohne Auftrag raten und das steht natürlich dann in Verbindung mit einem Hintergrundwissen über das sozusagen die ganzen Kreditgeber verfügen die ganzen Staatsanleihekäufer und ja da agieren dann die Ratingagenturen sozusagen im Auftrag ihrer Eigentümer oder sozusagen der Finanzbranche trotzdem wenn eine Ratingagentur einen Staat herabstuft dann wird das vom Bürger immer für bare Münze genommen aber wir haben es ja vorhin schon gesagt ein Rating sind keine Fakten wäre es nicht das Beste das einfach zu ignorieren ja also rein finanztechnisch sind die Ratingagenturen völlig überflüssig das heißt kann man sich ja denken jede Bank die einem Staat ob das die USA oder Griechener Deutschland sind einen Kredit gibt oder dessen Anleihen kauft der macht sich natürlich vorher selber kundig wie rückzahlungsfähig hat dieser ist dieser Staat welche Bonität hat das macht jede Bank von sich aus selber und das macht die sehr viel intensiver und genauer als es jede Ratingagentur geht die Ratingagentur haftet ja nicht die muss ja für keine Folge einstehen während die Bank natürlich die Folgen zu tragen hat wenn der Kredit nicht zurückgezahlt dann muss die Ratingagentur auch als eine moderne Werbeagentur für Leute die im Hintergrund sagen bewegt werden soll da die Werbeagentur also weil sie im staatlichen Auftrag arbeiten müssen sie sich ja nicht mal als Werbe Leute vorstellen sondern sind legitimiert sie kommen objektiv und als der gesetzlich eingesetzte Wächter herbei Herr Rügemer ich möchte zum Schluss kommen wir treffen uns ja hier bei Ihnen in Köln die sind Sie mehr als Stadt bekannt der ein oder andere grüßt sie wiederum andere grüßen sie auf der Straße nicht weil sie Dinge herausgefunden recherchiert und auch drucken durften die rechtlich so richtig sind aber die nicht jedem gefallen ich möchte mal zurück zur Bank Oppenheim die Bank Oppenheim wenn man sich mit der Bank Oppenheim beschäftigt dann stellt sich relativ schnell die Frage noch die Antwort wie stark diese Bank damals unter Adolf Hitler aktiv war also wie stark war sie an der Arisierung beteiligt also das jüdisches Vermögen eingezogen wurde und einfach dem nazischen Regime zukam man stößt dann natürlich nach dem zweiten Weltkrieg auf starke Verbindungen zu Helmut Kohl mit dieser Bank und man stößt dann auch auf Verbindungen zu Angela Merkel ich habe den Satz gelesen dass Oppenheim die Bank als sie noch existiert hat am Wahlcup von Angela Merkel mitfinanziert hat ist das so richtig ja das ist so richtig das steht auch in den Veröffentlichungen in den Parteispenden berichten die der Bundestagspräsident veröffentlicht das ist sozusagen nichts geheimes obwohl es natürlich die meisten Kölner werden das überhaupt nicht wissen weil die lesen sowas nicht aber für die hat die Bank sozusagen einen guten Namen seit 200 Jahren und so aber richtig die Bank Oppenheim war sozusagen immer mit allen Regierungen per Du von Anfang an und sie galt eben auch in der Nazizeit trotz ihrer jüdischen Vergangenheit jedenfalls als eine kriegswichtige Bank und war an Arisierungen beteiligt sie hatte ganz enge Verbindungen zur Dresdner Bank die ja auch ganz enge Beziehungen zur SS zum NS Staat hatte das ist inzwischen umfangreich dokumentiert auch wenn das in Köln sozusagen unbekannt geblieben ist und ja interessant fand ich die Rolle dieser Bank nach dem Zweiten Weltkrieg sie hatte ja ihren Sitz in Köln von Anfang an und nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Entscheidung Bonn ist die Bundeshauptstadt und weil ja die Bundeshauptstadt so ein bisschen klein war hat sich die ganze Wirtschaftslobby in Köln angesiedelt der Sitz des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Bundesverband der Arbeitgeberverbände und so weiter die saßen auch alle in Köln und der Haupt Matador der CDU der zukünftigen von den Amerikanern geförderten Regierungspartei Adenauer kam auch aus Köln und es kam jedenfalls so ich war ja damals nicht dabei und so weiter aber es ist sehr gut dokumentiert dass die Bank Oppenheim für die Gründung der Bundesrepublik eine enorme Rolle gespielt hat und das auch noch länger weiter gespielt hat nämlich über sie lief ein großer Teil der illegalen Parteienfinanzierung weil die neuen Regierungsparteien oder zur Regierung sozusagen gedachten Parteien die CDU die CSU und die FDP die waren ja neu gegründete Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg hatten erst mal wenig Mitglieder wenig Einkommen Mitglieder Beiträge und deswegen sind sie von Unternehmen von allen großen deutschen Unternehmen kann man sagen damals finanziert worden und zwar über ein System was sich der damalige sozusagen große alte Mann der Bank Oppenheim Herr Pferdmenges sozusagen zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie sozusagen ausgedacht hat das heißt es gab eine Verpflichtung für alle Mitglieder Unternehmen das waren ja praktisch alle des Bundesverbandes der Deutschen Industrie einen bestimmten Prozentsatz der Lohnsumme auf ein zentrales Konto einzuzahlen das hat Herr Pferdmenges sozusagen überwacht und hat dann anteilig die vereinbarten Spenden Beträge an die jeweiligen Parteien ausgezahlt die damit gegenüber den traditionellen Parteien wie kommunistische Partei sozialdemokratische Partei die ja nicht neu gegründet werden mussten die sozusagen ihren Apparat noch hatten oder zum Teil schnell aufbauen konnten da waren ja die neu gegründeten Parteien etwas im Nachteil und brauchten deswegen viel Geld und so weiter und ja über die Bank Oppenheim wurde das organisiert auch deswegen weil ja die Bank Oppenheim nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Image als verfolgte jüdische Bank herausgekehrt hat und da hat niemand gewagt genauer hineinzuschauen und deswegen war die Bank Oppenheim sozusagen durch ihre örtliche Nähe in Köln zu Bonn zu Adenauer zu den Industrieverbänden Ideal um als Versteck für die illegale Parteienfinanzierung zu agieren Herr Rügemer ich entnehme Ihrem Schlusswort dass das was wir heute oft als etwas neues verkauft bekommen nämlich die Verflechtung zwischen der Industrie Banken und Regierung dass das schon lange so existiert zumindest seit es die Bundesrepublik die neue gibt ja das ist so und die Entwicklung die wir sozusagen danach bis jetzt haben ist dass dieses Verflechtungssystem was anfangs vielleicht noch relativ einfache Formen hatte dass das in vielfältiger Hinsicht ausdifferenziert worden ist und durch vielfältige Berater und Mittäter sozusagen mitgestützt wird und legalisiert worden ist wo endet denn die Globalisierung wir erleben eine Schieflage in Europa wir erleben auch immer mehr Elend in Europa wir erleben auch immer mehr Presse wo eine Presse über ein anderes Land also in Griechenland wird Angela Merkel mehr Hitler Plakaten empfangen das ist auch die Vorform einer Kriegserklärung endet das Ganze in einem völlig neuen Aufbauprogramm was erstmal aber in einem Abbauprogramm münden muss also bewegen wir uns auf einen neuen Krieg zu ja das hoffe ich nun wirklich nicht also wir haben natürlich auch unter europäischer Beteiligung Kriege militärische Interventionen rund um den Erdball das nimmt zu aber in Europa haben wir sozusagen absehbar keinen Krieg obwohl Momente die auf einen Krieg hin oft auf einen Krieg hin zielen also Elemente der Volksverhetzung der Herabsetzung anderer Völker oder bürger kriegsähnliche Zustände oder dann in einzelnen Staaten solche drastischen Verarmungsprogramme wo dann wiederum eben die Gegenpropaganda einsetzt Deutschland als Zuchtmeister Europas und so weiter das könne natürlich das könnte in kriegerische Auseinanderletzungen folgen aber davon sind wir weit entfernt und ich hoffe die deutsche vor allem auch die europäische Bevölkerung oder nennenswerte Teile dieser Bevölkerung wacht so auf und wird so handlungsfähig dass diese Entwicklung die jetzt so sozusagen im verborgenen sich so angebahnt hat Europa als endliche Friedensmacht oder so das haben ja viele geglaubt und Friedensmacht kein Krieg mehr zwischen den Völkern Europas und leichter Geldverkehr und so weiter unter dieser Tarnkappe hat sich so viel unmerklich heran entwickelt angebahnt was jetzt sozusagen zum Ausbruch kommt und ich hoffe die Bevölkerung Europas merken jetzt welches Europa sie lange geduldet haben und dass sich das ändern muss eine letzte Frage vielleicht eine kurze Antwort wie können sich denn die Demokratien oder die Demokratie in Europa aus dem Würgegriff dieser riesigen Kapitalströme wie kann man sich da herauslösen ohne dass es zu Straßenschlachten kommt das ist eine ganz schwierige Frage das geht offensichtlich nur schrittweise man müsste einzelne Banken pleite gehen lassen wenn sie pleite sind man müsste die Rating Agenturen aus den ganzen Statuten der europäischen Finanzaufsichten herausnehmen und also ich glaube jetzt müssten sehr viele einzelne Schritte gemacht werden und dafür brauchen wir aber auch Leute die sich auf diesem Gebiet auskennen tun das unsere Finanzminister tun das sicher nicht und das ist eine Anforderung sozusagen an die Basisdemokratie die sich gegenwärtig auch sozusagen unter dem medialen Radar was immer noch sozusagen alles zu beherrschen scheint offensichtlich doch schon anbahnt Herr Rüggemer ich bedanke mich für dieses tiefschürfende Gespräch obwohl mehr Fragen offen sind als ich gewagt habe zu stellen ja also ich hoffe wir bleiben in einem Gespräch auch mit vielen anderen Beteiligten um also solche Einsichten und die Konsequenzen die wir daraus ziehen müssen dass die sich verbreitern vielen Dank gerne das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch wir sprachen mit einem Mann der als Autor in Finanzfragen sich einen Namen gemacht hat zahlreiche Bücher veröffentlicht hat Werner Rüggemer das Thema ist relativ trocken aber ich glaube wir konnten dafür begeistern vielen Dank fürs Einschalten mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch kenfm.de